Klaus ist komplett zahnlos. Seine Prothese bereitet ihm beim Sprechen und Essen große Probleme, denn sie findet keinen festen Halt im Kiefer. Klaus besucht die Spezialisten für sofort feste Zähne in der Denta Prime Zahnklinik an der bulgarischen Riviera. Der Denta Prime Implantologe setzt sechs Implantate in den Oberkiefer und vier in den Unterkiefer. Klaus bekommt davon nichts mit, denn er befindet sich in Dämmerschlaf-Narkose. In der Zwischenzeit entsteht der Zahnersatz im 3D-Drucker. Nach der Implantation fixiert der Implantologe die neuen Zähne auf den Implantaten und verblockt sie dadurch zu einer stabilen Konstruktion. Klaus erwacht aus seiner Narkose mit schönen festen Zähnen. Durch das spezielle Verfahren sind die Implantate noch am selben Tag belastbar. Klaus kann sein Abendessen wieder so richtig genießen. Denta Prime – besser behandelt.